So liebe Leute, willkommen zurück, da sind wir. Saisonübergang, ja das haben wir schon gesehen in der letzten Folge. Fernsehgelder wurden verteilt, wir werden deswegen auf Platz 17 gerückt, weil das ja mit der Vorsaison zusammenrechnet oder zusammengerechnet wird. So, Saisonzusammenfassung, schauen wir doch mal, Aufsteiger, Absteiger, das ist doch interessant. Wo haben wir es denn? Absteiger, ja. Aufsteiger. Oh, das gibt es ja gar nicht. Hä? Oh, die haben es echt nicht gepackt. Oh, ist das bitter, ne? Das ist echt bitter, die haben es echt nicht gepackt. Mann, das ist echt so schade. Wir waren so souverän in der... Ja, da muss ich jetzt echt überlegen, ob ich es nochmal so angehen will oder ob ich da nicht doch wirklich hergehe und die Top-Talente aus der Mannschaft verleihe für die Entwicklung. Gerade bei einem Trouet macht Sinn, ne? Und bei einem Dosson. So, vielleicht in die dritte Liga verleihen oder sowas. Ach, schade, schade, schade. Ärgert mich jetzt doch schon ein bisschen, dass das nicht geklappt hat mit der Relegation. Sie wurde uns aber auch nicht angezeigt. Das finde ich auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen blöd. Ein bisschen. Hätte man vielleicht auch mitdenken können, ne? Ganz klar. Aber, ja, so läuft es halt manchmal. In Ordnung, das passt soweit. Die Rangliste. Hä? Österreich? Oh, Österreich ist vor Deutschland. Ist ja klar. Weil das ja klar ist, ne? Als Weltmeister. Herrlich. Gut. Dann, äh, gibt's die Auslosung. Immer spannend. Jedes Jahr aufs Neue. Ganz heiße Thema. Äh, machen wir schnell, ne? Die erste Runde, wie immer. Holstein, Kiel. Oh, schön. Haben wir mal einen machbaren Gegner. Sollten wir doch hinkriegen, oder? Hier haben wir Europapokal-Teilnehmer. Jo, da sind wir ja weit weg. Das ist für uns ja nicht so wichtig. Und, dann kommen wir auch schon gleich rein, oder? Ich nehme mal einen Schluck Säft. Evion. Tonon Galat. Footballclub. Evion. Gesponsert vom Wasser, oder was? Kann das sein? Oder ist Evion Wasser? Ähm, gut. Nicht-Abstieg ist Ziel. Nationaler Pokal. Dritte Runde lasse ich mal drin. Jo. Unteres Mittelfeld, haben wir ja gesagt, als Ziel, ne? Dann kriegen wir schon ein Problem. Alles geben. Nicht-Abstieg. Am Geld ändert es nicht viel. Meisterschaft. Ja. Unteres Mittelfeld. Jobsicherheit gering. Ich würde sagen, Mittel, ne? Nicht-Abstieg, oder? Ja, wir wollen ja schon ein bisschen mehr. Aber wir wissen ja noch nicht, ich will es nicht so, so, ähm, zu extrem angehen. Lieber ein besseres Ergebnis als vorgenommen. Aber ich nehme mir natürlich vor, es war ja gesagt, 40 Punkte möchte ich ganz gerne haben dieses Jahr. Ne, 10 Punkte mehr wie im letzten Jahr, habe ich gesagt. 49 wären es dann, ne? Oder ne? Wir hatten, hatten wir 39 Punkte? Ne, wir hatten 34 Punkte, ne? Ne, noch wären es 44 Punkte. Ähm, gut. Das Präsidium behält 8% des Budgets. Okay, sie können bis zu 38% jedes Budgets auf andere Budgets verteilen. Durch den Gewinn in der vorigen Saison ist das finanzielle Vertrauen des Vorstands um 1 gestiegen. War ja schon immer gut, ne? 4,3... Oh, die wurden sogar übernommen. Und vielleicht sogar noch obendrauf gerechnet, oder? Transfers 11,8 Millionen. Machen wir mal eine 10 draus. Und schrauben noch ein bisschen in die Infrastruktur, würde ich sagen. Bei Gehälter brauchten wir, wie viel brauchten wir letztes Jahr? 14 Millionen brauchten wir. Willst du jetzt nicht übertreiben? 15. Wir wollen noch das Stadion ausbauen, deswegen mache ich da ein bisschen was drauf. Nicht irritieren lassen, Leute. So! So schaut's aus. Ist doch leicht. Ist doch easy, oder? War's ein Problem bisher? Sehr schön. Meine Güte, haben wir Nachrichten bis zum Umfallen. Wie sieht's denn aus? Gehälter? Ach Gott, nur noch eine Million. Nicht mal mehr. Transfers 12,8 Millionen. Baukosten 11,9. Okay, haben wir ja eingestellt, aber die Transfers sind schon recht hoch, ne? Hätte man noch ein bisschen runterschrauben können. Können wir ja noch bei Transfers verteilen auf Gehälter. Gar kein Problem. So. Schal ist da. Einverstanden mit der 19? Akzeptieren. Äh, Schal. Website reicht doch, oder? Jo, standesgemäß. Ist alles klar. Yieldy-Rimmer auf Transferliste gesetzt. Haben wir uns den angeguckt gehabt? Jo, aber ist für uns uninteressant mittlerweile. Das sehe ich jetzt schon. Was soll ich da mit? Was? Gar kein Interesse mehr. Kein Interesse mehr. So. Mitgliedsbeiträge. Sehr schön. Transfermarkt habt ihr jetzt geöffnet. Saisonziel. Nicht Abstieg. Okay. Standesgemäße Vorstellung. War auch zu erwarten. Das ist das Megatalent jetzt. Bin ich mal gespannt. Evgeny Kasyanov ist über die Neuverpflichtung von Marius Schal begeistert. Das ist echt ein Knaller, meint er. Genau das, was dieser Verein gebraucht hat. Er gewinnt 10 Moralpunkte. Ziereis ist immer noch beärgert. Jo. Also, dass er hintendran jemanden... Ich glaube, ich behalte den Schal schon bald vorne. Wurde sogar auch geschrieben, glaube ich, in den Kommentaren in der vorletzten Folge, dass der Schal den Ziereis einbeinig überholt. Gehe ich mit? Können wir ruhig mal probieren, da regelmäßig einzusetzen. Warum nicht, ne? Schal würde sehr gerne Nationalspieler werden. Ja, wird auch kein Problem sein, glaube ich, bei seiner... Schon ist er schon in U21. Mein Gott. Ist ja nicht schwer, ne? Dann Ziereis verärgert. Wegen Heinze. Jo. Da. Das wussten wir. Giao. Auch noch verärgert. Ziereis. Okay, Ziereis ist wohl dieses Jahr unser absoluter Miesepeter. Zapf bezahlt an Meppen. Gruß zum... Zum Guten. Zum Mo natürlich. Ich muss jetzt gerade überlegen. Rossini über Personalpolitik verärgert. Auch. Was ist mit euch los? Beteiligung am Weiterverkauf. Jo. Ist doch alles gar kein... Aber er ist kein Ausländer mehr. Das ist auch nicht schlecht. Äh. Pokalauslosung. Jo. Pokal-Prämie. Ebers beendet seine Karriere. Schäfer. Was sind denn die ganzen Jungs hier? Sauter. Edlinger. Schädlich. Farscher. Das sind alles Trainer. Trainer. Oh. Die hören aber früh auf. Jugicic auf Transferliste gesetzt. Oder sind doch Trainer, ne? Jo. Genau. Trainer. Wedekind. Heute seine lange Karriere. Okay. Jährlicher Bericht. Der Klub hat die Saison mit einem Gewinn von 11 Millionen abgeschlossen. Im Vorjahr wurde ein Gewinn von 2,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit bleibt für die Saison ein Nettogewinn von 3,85 Millionen. Sehr gut. Sehr gut. Für unsere Verhältnisse. Kolbis verärgert, dass er sich in dieser Saison nicht wirklich entwickelt hat. Ja, da finde ich eigentlich nichts, dass man da so traurig sein muss. Denn er hat sich eigentlich verbessert, meines Erachtens. Neuer Manager-Level. Das ist gut. So. Trapp läuft aus. Haben wir ja gesehen. Der ist dann weg. Jugendspieler reichen. Trainingsziel. Siberius und Bauer. Datenbank ist aktualisiert. Nicht Abstiegsprämie werden fällig. Scout-Bericht. Meine Phrasen. Was ist denn da los? Aber der findet wieder nichts, ne? Die haben ja nichts gefunden da im Norden. Sie haben es immer gesagt. Am Anfang der Saison hatten sie ihren Spielern in der Reserve den Aufstieg angekündigt. Und das ist genauso eingetroffen. Sie gewinnen. Aber das war doch gar nicht aufgeführt. Jetzt sind wir doch aufgestiegen. Gucken wir gleich mal rein. Trainingsländer nicht verbessert. Ja, machen wir noch. Scouting wie angekündigt verbessert. Fokus auf junge Spieler. Rotation. Äh, klar. Oder? Die Spieler wissen das zu schätzen und sie gewinnen bei allen Spielern Vertrauen. Rotation war auch gut, ne? Waren aber bei der Rotation dennoch nicht konsequent. Aha. Wer nicht fit war, spielte doch. Ja, das ist immer so bei uns. Bei so einem Kader. Was willst du da machen? So. Erste Mannschaft. Ganz kurz mal reinlustern. Und jetzt die zweite. Ergebnisse. Immer noch da. Ja, wir haben zwar den Aufstieg rein. Theoretisch hätten wir ihn ja gepackt. Aber wir haben ihn nicht gepackt, weil wir die Relegation verkackt haben. Naja. Da gucke ich mal ganz kurz. Ja, ne. Wir können eigentlich so direkt mal reingehen. Zweite Mannschaft. Kiel 3. So ist die, so sieht sie aus, die Aufstellung. So. Becker. Trouet. Schmidt. Also Trouet. Also Dosson ist noch zu früh zum Abgeben. Muss man ganz klar festhalten. Dosson ist noch zu früh. Trouet. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich Trouet jetzt auch nicht verkaufen. Also verleihen. Zwangsläufig. Wo soll er denn hin? 64. Wo spielt er denn regelmäßig? Hm. Er wird doch schon eine wahnsinnige Entwicklung nehmen. Ne mit 18. Wir können es ja mal auf den Transfer hauen. Auf den Markt hauen. Das machen wir gleich mal fest. Er ist aber auch der Einzige, den ich anbieten würde. Lüding noch höchstens. Aber der ist schon 24. Das ist eigentlich auch abgefahren, der Zug. Der muss ja in die Erste. Genau. Ach Gott. Wir müssen die Jungs ja in die Erste holen. Aktion. So. Und Lüding nehmen wir mal hoch. Ne. In die Erste verschieben. Dauerhaft. 64. Aber da hat er auch keine Chance. Naja. Erstmal rein. Mal gucken, was wir mit dem machen. Und nun die große Frage. Was passiert mit Trouet? Entweder in die Erste. Wir schauen mal rein. Wir schauen mal rein. Eins nach dem anderen. So. Sind alle noch auf Tour. Ist der Seidel? Warum ist der Seidel denn so lange weg? Ist der Weltmeister? War der mit dabei? War Seidel mit dabei? Im Team? Wir haben einen Weltmeister im Team? Nee. Das wäre der Hammer. Ähm. Sehen wir nicht hier. Sehen wir nix. International. Hm. Schade. Sehen wir nicht. Müsste irgendwie so einen Status geben. Das ist ein Extra-Status. Weltmeister. Das wäre der Hammer. Schade. Wissen wir jetzt nicht genau bei Seidel. Gut. Äh. Dazu erstmal dann später mehr. Lüding. Also. Also. Der Zieheis. Total sauer. Aktion. Spielergespräche. Ähm. Vertragt euch wieder. Los. Nochmal 5 Moralpunkte. Jetzt ist er gleich fertig. Zieheis. Komplett fertig. Ähm. Am ersten Tag. Das erste Gespräch ist. Vertragt euch. In Ordnung. Also Schal ist da. Das Supertalent. Ja. Das war abzusehen. Dass der so durch die Decke geht. Ähm. Frage ist halt. Wo nehmen sie jetzt mehr Erfahrung mit? Wenn ich sie jetzt hier auf der Bank schmoche. Aber wir brauchen schon Spieler. Ne. Auch in der. Ne. Wir behalten die Jungs. Wir behalten die Jungs. Das ist unsere. Äh. Die gebe ich nicht her. Trouet. Aktion in die erste verschieben. Ist jetzt in der ersten Mannschaft. Hier nochmal durchgehen. Wer noch übrig ist. Yo. So. 59. 42. Wir wollten nochmal schauen. Wir haben ja noch den. Den Riedmüller. Den behalte ich nochmal als Keeper. Äh. Als zweiten Keeper. Wüsste ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt hier hochziehen sollte. Wir gehen nochmal kurz in die Jugend rein. Da müssen wir halt jetzt Verträge anbieten. Ne. In der Jugend. Jugendmannschaft. So. Da sehen wir schon recht schnell. Wer sich anbietet. Montebello bietet sich an. Mit 16. In die zweite Mannschaft zu holen. In die U23. 20. Oh. Bisschen früh. Ne. Ne. Ventgas. Skeletrin. 8. Also 18 müsste dann schon hochkommen. Lukas Höfling. Rechtsverteidiger. Also Skeletrie in Aktionen, das mache ich schon mal gleich. Vertragsverhandlungen. Wow, wow, wow. Aktuelle Saison. Zweite Mannschaft. Drei Jahre. Sind wir auch nix hier, ne? Angebot unterbreiten. So, 55.000. Hakan Yilmaz. Linke Seite. Spielt jetzt da momentan. Linksverteidiger. Ja, so stark sind die halt nicht. Aber ist schon okay für die zweite Mannschaft. Ist das schon in Ordnung. Sehr in Ordnung sogar. Stürmer. Ja, probieren wir es mal, ne? Aktuelle Saison. Zweite Mannschaft. Drei Jahre. Ja, da kriege ich auch mal 55.000. Wendga links außen. Wäre mit Yilmaz gleich von der Position. Montobello. Ist auch ein bisschen jung. Aber ich nehme ihn trotzdem hoch. Weil später wird er noch teurer. So. Tetsch. Sebastian Tetsch. Ja, das war es erstmal. Gucken wir mal rein in der B-Jugend. Da haben wir ja auch ein paar Talente. Masching zum Beispiel. Habe ich dir gar ein schönes Bild gegeben dem Jürgen. Ist auch schon 16. Können wir auch schon einen Vertrag anbieten, ey. Aber auch wieder links, ne? Hätte ganz gerne mal hier so ein offensiveres... Sowas hier hätte ich ganz gerne. Das nehme ich mal. Deutsch 1. Genau, das nehmen wir mal. Sehr schön. Dann kann er auch wirklich links außen spielen, der Masching, ne? Das wollte ich nämlich auch. Das ist schon der 56? Alter Falter. Ja, lassen wir noch ein bisschen durchlaufen durch die Jugendabteilung, ne? Brauchen wir jetzt auch nicht übers Knie brechen, die Geschichte. So. Das haben wir geklärt. Das ist die Jugend. Wir sortieren wieder ein bisschen aus, würde ich sagen. Wie immer, ne? Das gehört halt eben dazu. Das ist sozusagen Kaderpflege. Ist noch ein bisschen aufwendig. Aber, wie gesagt, das muss man halt auch regelmäßig machen. Wer halt nicht talentiert ist, der fällt durchs Raster. Hier sieht es ja ganz gut. Ach, Gottes Willen. Aktion. Nach Hause schicken. Lose. Aktas. Tut mir leid, Leute, aber das können wir ja nicht durchschleifen. Der Rest geht. Also zweieinhalb Sterne ist in Ordnung. So. Hier würde ich aber auch ganz gerne ein anderes System nehmen. Das Dreier. Dann kriegen die auch mal hier neue Mentoren. Offensives Mittelfeld. Dann nehmen wir doch mal hier, ja, Lüding von mir aus. Ups. Stürmer. Stürmer. Kriegt der Akdogan. Passt. Äh, Stürmer. Stürmer. Irgendwas Offensives. Da. Schöbel. Äh, linke Seite. Äh, haben wir denn nichts? Haben wir nichts da? Doch, hier. Ach, wird. Perfekt. Wer nichts wird, ne? Der wird niemals absteigen. So, offensives Mittelfeld wieder. Dann nehmen wir mal Brinkmann bei ihm. Ich will die jetzt einfach, äh, nach Gefühl. So, das passt. Ähm, gucke ich kurz rein, ob die hier auch nochmal Skeletrinen. Aber haben wir ja Angebot gegeben jetzt. Ja, da können wir warten, bis er in der ersten ist oder in der zweiten Mannschaft drin ist. Schauen wir mal, wie viel wir übernehmen können. Da haben wir jetzt ein paar Angebote gemacht. Das muss auch mal durchlaufen. Übers Knie brechen will ich es ja auch nicht. So, Sponsorenangebote. 17.000. Was haben wir denn hier so? 17.000. Was haben wir hier gekriegt? 17.500? Ähm, das ist wenig. Mehr wie das hier, aber immer noch wenig. Naja, aber geht. Oberes Mittelfeld für Handeln. Ein Jahr Laufzeit. Anzahl erhöhen. Und unterschreiben. Gut, noch 31 freie Bandplätze. Der Mensch hat immer noch richtig Geld ein. Da kriegen wir auch neue. Sehr schön. Namensrechte und Hauptsponsor, das passt. Dann würde ich sagen, hier, äh, Meet & Greet mit dem Neuen bringt man. Damit er gleich schon mal weiß, was er kriegt, wenn er Gas gibt. So, KC ist es noch verletzt. Wie lang? Ah, ne, Urlaub sind sie noch. Urlaub, alles klar. Verletzt ist keiner an sich. Können wir noch so stehen lassen. Sehr schön. Trouet ist jetzt in der Mannschaft. Ist wichtig. Wird aufgebaut hinter Ballas und Monteiro. Ist also unser dritter Innenverteidiger. Sehr schön. Der ist gesetzt. Schal wird aufgebaut hinter Ziereis. Rossini und Wahl, die geben sich halt die Klinge in der Hand. Das passt. Kassionov hinter Wirt, Brinkmann hinter Deli. Lüding hinter Neustädter zusammen mit Seidel. Das ist in Ordnung. Ja. Nochmal, fast die Mannschaft vollzählig. Jetzt fehlt halt nur noch was für das Geld, was wir haben, würde ich sagen. Einen Knallerstürmer. Den würde ich ganz gerne holen. Und, ähm, wenn sich's irgendwie ergeben sollte, doch nochmal. Ein offensiver Mittelfeldspieler, wenn nicht sogar einen zentralen Spielmacher. Idealerweise wieder mit Erfahrung irgendwie sowas, ne, in die Richtung. Vielleicht sogar einer, der gute Freistöße kann. Wir gucken mal. Das wäre so das, was ich sagen würde. Also, dieses Jahr können wir uns auf die Offensive konzentrieren. Denn ich würde ganz gerne mit der Defensive so weiterarbeiten, wie es jetzt ist. Finde gut. Es ist eine eingespielte Defensive. Es ist nicht die beste der Liga. Das ist klar. Aber, meiner Meinung nach, kann man auch ruhig auf, ja, Nachhaltigkeit setzen. Die schaffen alle die 70 dieses Jahr. Und gehen alle dann steil. Also, da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da nochmal einen Schub in Sachen Qualität bekommen. Freue ich mich eigentlich drauf. Also, finde ich gut. Und, hinten dran wären da welche aufgebaut. Trué, der macht dieses Jahr locker die 70. Schal, ja, bei dem, das läuft ja von alleine fast, ne. Wenn wir den regelmäßig einsetzen. So. Team Dynamik, da müssen wir auf jeden Fall drüber, äh, da dran arbeiten. Kolb, Aktion, Spielergespräche. Gibt alles. Ja, ein Torwart wäre halt noch interessant, ne. Wirklich ein Talent vielleicht, oder. Aus den eigenen Reihen sehe ich leider keinen. Ach, Egelkraut ist gar nicht mehr gesetzt. Ja, weil er nur zwei Sterne hat, ne. Schade eigentlich. Wo ist denn der andere Schmidt? Ach, da. Wollte ich gerade sagen. Doch, Sonnen und Schmidt, jo. Gucken wir mal, ob wir die rankriegen, die anderen Jungs, ne. In der Jugend können wir auf jeden Fall schon mal das Trainingslager starten. Das schmerzt ja nicht. Da gehen wir auch wirklich wieder 21 Tage jetzt. Mal was Schönes machen hier. Schweden, Maastrad. Wenn wir schon kein Geld ausgeben für ein Camp, dann können wir hier zumindest mal so ein bisschen den Rubel rollen lassen. 21 Tage nach Roskilde. So. Ne, denke ich auch. Das macht Sinn. Wenn wir da ein bisschen mal Gas geben. So, dele. Das Hammer. Dann steht eigentlich nur noch eins an, äh, für die nächste Folge. Wollte es heute auch wieder heute machen, aber bin da noch ein bisschen in den allgemeinen Einstellungen drin. Nämlich, nämlich das Stadion ausbauen. Das müssen wir gleich ansetzen. Dann haben wir nämlich noch einen guten Monat, bis es dann richtig losgeht. Da könnte das Ding schon bald fertig sein. Äh, ansonsten, ihr seht. Oh, wir kriegen es nicht mal ausverkauft. Guckt doch mal einer an. Ist ja der Hammer. Gegen Nürnberg nicht. Gegen Bayern? Yo. Auch nicht. Okay, wir sind zu teuer. Aber ich will es trotzdem ausbauen. Durch den Ausbau können wir jetzt die Preise wieder günstiger machen. Ich mache einfach überall zwei weniger. Äh, 17. Passt doch, ne? Jo. Ja, wir kriegen schon gar nicht ausverkauft. Die Frage, ob man wirklich ausbauen. Ja gut, aber die Haupttribüne müssen wir ausbauen. Gegentribüne können wir uns ja nochmal ein Jahr sparen. Aber Haupttribüne würde ich schon ganz gerne noch investieren. Die muss fertig werden dieses Jahr. Einfach, damit es auch seine Ordnung hat, äh, was das Stadion angeht. Kann nicht sein, dass die Nebentribünen so toll aussehen. Und dann die Haupttribüne immer noch so ein alter Schinken ist, ne? Wo nichts, wo nichts los ist. Da brauchen wir auch Logen dann, ne? Gehört einfach dazu. Ist einfach so. Äh, muss drin sein. Für die 11 Millionen, die wir da haben. Mal gucken, was das kostet uns, die Geschichte. Können wir ja abspeichern. Dann werden wir ja sehen. Aber müssen wir auf jeden Fall tun. So. Aber haben wir das nicht schon? Ich glaube, wir haben das da schon abgespeichert gehabt mit Gegentribünen und alles, ne? Hm. Gucke ich dann gleich mal. Ähm. Das passt soweit. Aufgaben können wir mal durchgehen. Was wichtig ist, sind die Freistöße. 69, Akto gar noch der Beste. Hat ja auch im letzten 3D-Spiel sogar noch ein Freistöss-Tor gemacht, oder? War das nicht so? Ich glaube, das war so. So. Dann gucke ich schon mal gleich. In meine schlaue Suchmaschine. Transfermarkt. Spielersuche. Und zwar habe ich gesagt, erst mal Stürmer. Äh. Ne. Nicht Kämpfer, sondern Stürmer. Ne. Mach mal hier ruhig. ST. Nur beste Position. Nur realistisch. Jetzt gucken wir mal, ob wir da was haben. Stärke. Oh ja. Können wir direkt nach Stärke. Ach so. Ja. Stimmt. Ja. Da war doch noch was. Da war doch noch was. Jordi Eismann. Ja. Es hat die große, die große Frage. Eismann oder Baumgartner? Baumgartner bringt noch ein bisschen mehr Talent mit, ne? Jodi Eismann oder Baumgartner? War ich da nicht schon in der Überlegung ein bisschen weiter? Habe ich das nicht schon? Ich weiß nicht. Sprachgebunden, nicht nachtragend. Nicht nachtragend, aber Diva. Er ist halt günstiger, ne? Er wäre im Gehalt aber günstiger. Jordi Eismann. Also nur einer von beiden. Sind aber die besten realistischen Transfers für uns. Deswegen werde ich auch in die Richtung agieren. Bring mal Konkurrenz. Ja, aber Konkurrenz bringen wir sowieso rein mit den Jungs. Komm, wir was wollen. Pauli. Ich glaube, ich nehme den Baumgartner, Leute. Zumal, weil er vermarktet, noch mal ein bisschen günstiger ist. Obendrein, weil Pauli auch in der Nähe von Kiel ist, ne? Macht ja auch so ein bisschen, äh, ein bisschen Sinn. Weil es nicht so, ja, weil es auch von der, von der Örtlichkeit her nicht so weit weg ist. Da hat man schneller Kontakt, ne? Ähm. Dann natürlich das Gehalt ist von ihm ein bisschen höher vom Baumgartner. Aber es macht nichts. Das kriegen wir schon geregelt. Oder war das günstiger vom Baumgartner? Ah ja. Schon ordentlich. Mein lieber Schieber. Gut. Yo. Yo. Ich gehe auf den Baumgartner. Mal gucken, wie der, wie der steil geht. Ich hätte auch Eis, Mann. Also beide fast, nimm sich nicht viel. Nimm sich nicht viel. Ähm. Man muss halt abschätzen jetzt, wer geht steiler. Ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen, äh, getrimmt auf den Baumgartner. Gefällt mir ganz gut. Die anderen, die dabei sind, da sagt mir sonst keiner zu. Hm. Oder Kana, Seidorf, Akyemang, Dädiyok. Hä? Ich überlege auch so ein bisschen. Ich gucke halt so ein bisschen die Dinger durch hier. Jais, Besenlehner, Lovenz, Sutter, Wagner, Tankulitsch, Markus Berg mit 31. Ist ja auch eine Story, ne? Okay, ja, ich würde sagen, da, äh, gehen wir mal in Richtung Baumgartner-Aktion. Äh, Transfervorbereitungen. Stärke. Eismann, Baumgartner. Oh, können wir gar nichts sagen. Haben wir schon. Beratergespräch. Wann haben wir das denn gemacht? Am 1.7.? Haben wir? Wir gucken mal. Ähm. Das passt, das haben wir gemacht. Trainingslager haben wir angelegt. Spieler transferiert oder angedacht zu transferieren für die zweite Mal. Mannschaft aus der Jugend haben wir gemacht. Jetzt geht's da drum, ähm, ja, Spieler noch ein bisschen einkaufen. Das Geld noch ein bisschen unter die Leute bringen. Was da ist. Und vielleicht investiere ich doch nochmal so, ne? Wir können aber gucken, ob wir da nochmal was finden auf die Schnelle. Einfach mal so, mal so sporadisch einfach mal rein, äh, lunzen, sag ich mal. Mittelfeldspieler, ich nehme jetzt mal wirklich den Typen Spielmacher. Nur realistisch, alles, ja, alles, was angezeigt wird. Eine ganze Menge, wir gehen da nach Stärke. Carsten Graus, Popov, Hochscheid, Mandizek, Joao Moutinho, Stoke City. Das wäre doch was, oder? Hehehehe. Das wäre was. Moutinho. Er kann ja auch alles, ne? Teamplayer, trainingsfleißig, verletzungsresistent. Zum Ende seiner Karriere nochmal, ne? So eine lustige Station in der Bundesliga. Vacek. Nein, dann baut es halt schon ganz schnell ab. Also dann wird es schon richtig schwer. Ich gehe mal weg, was den Spielmacher angeht. Das ist immer ein bisschen schwierig. Vielleicht einfach mal einen Dribbler. Oh, Rüdiger, Klee. Mugda. Wer ist Bromwich, Tadic, Rüdiger? Berlin, ja, in der zweiten, ne? In der zweiten Liga, aber. Gucken wir mal gerade durch, wie es die Erfahrung angeht. Was, was, was? Acht von zehn. Snodgrass. Snodgrass. Robert Snodgrass. Aber hilft uns ja nichts. Wir brauchen was fürs zentrale Mittelfeld. Ovo Mouillet. Achso, der ist wieder da. Er ist wieder da, der Patrick Ovo Mouillet. Schalke, Banetta. Der Baumjohann. Das ist ja auch eine gute Adresse eigentlich, ne? Oh, der hat sogar eine 6 von 10. Ist auch so ein ewiges Talent, ne? Ewig verkannt. Können wir sogar vorstellen, Leute. Wird ganz gut passen, glaube ich, für uns, ne? War so ein erfahren, auf jeden Fall. Bringt auch so ein bisschen Prestige mit, ne? Wo war er überall? Bei Bayern, bei Laudern. Gucken wir mal, Transfers. Schalke, Gladbach, Bayern, Schalke, Laudern. Also ist auch die ganze Bundesliga durchgegangen, ne? So ein ewiger Legionär halt. Viele Mannschaften gesehen. Viel mitgemacht. Musste sich überall durchkämpfen. Wurde immer viel erwartet. Konnte aber nicht alles abrufen. Das wäre interessant. Gefällt mir aufgrund dessen, weil er eben auch die Führungsqualitäten mitbringt, ne? Das ist halt nicht so selbstverständlich. Barnetta wird die aber auch haben. Jo, 6 von 10. Aber ist noch ein bisschen älter. Aber es wurde schon richtig gesagt. Die älteren Spieler, die wir geholt haben, die konnten nicht so richtig brillieren in der jungen Mannschaft, ne? In diesem Jugendfuhl, den wir hier zusammengestellt haben als Ausbildungsverein. Das ist schwierig. Die dann da zu integrieren. Da müssen sie sich schon was abgucken. Ich denke mal, Baumjohann, da könnte man sich als junger Spieler was abgucken, ne? Wenn man so viele Vereine gesehen hat. Jetzt nicht die mega erfolgreiche Karriere, aber zumindest halt viel mitgemacht, ne? Viel gesehen. Höhen und Tiefen. Könnte aus dem Nähkästchen plaudern. Wäre interessant, so muss man es sagen. Wäre interessant, drüber nachzudenken. Ansonsten machen wir dann gleich fertig Stadion. In der nächsten Folge gehe ich das wirklich an. Würde das ganz gerne vorantreiben. Ansonsten war es das erstmal. Haben wir das geregelt. Wie gesagt, bevor wir eine Runde weitergehen, würde ich ganz gerne das Stadion ausbauen in der nächsten Folge. Weil es aber ein bisschen länger dauert, denke ich mal, splitten wir das ein bisschen. Wollte ich schon letztens in der ersten Folge machen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal kommt man einfach nicht drum herum. Bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.